Norddeutscher Rundfunk 2021 Liebt ihr euch eigentlich noch? Natürlich. Und habt ihr auch noch Geschlechtsverkehr? Es gibt zwei Zustände im Leben. Bewusstlosigkeit oder Panik. Geiler Blog, wie lange machst du den schon? Lomo ist wieder da. Wie heißt denn die neue Serie? Kennst du Lomo? Lomo, bist du da? Ich will, dass er es sofort löscht. Es gibt drei Millionen Blogs in Deutschland. Und wie viele von denen du kennst, benutzen überhaupt Blogs? Es ist mir scheißegal, das ist mein Privatleben. Mein Privatleben interessiert aber niemanden. Warum machst du es dir immer so schwer? Zeig dir doch, wie es leicht geht. Hey Dings! Du bist bei mir in Deutsch. Findest du mich für jeder zu viel? Findest du mich langweilig? Sei vorsichtig. Ich hab gehört, sie legt sich nicht gern auf Tücken fest. Lösch das sofort. Sie hat ein kleines Kunstwerk gesehen. Ich brauch ihnen ja nicht zu sagen, was es für Konsequenzen haben kann. Ich glaube, Karl wollte Doro nicht verletzen. Er war einfach nur verliebt. Das Beunruhigende ist ja, dass wir gar nicht wissen können, wer alles dieses Video gesehen hat. Das Beste, was jetzt passieren kann, ist, dass du so richtig auf die Schnauze fliegst. Was redest du denn da? Hi. Sag mal was. Mach mal die Grämmer auf. Für euch wär ich nichts. Und? Was dürfen wir diesmal für dich tun? Führt mich. Mach rechts. Was hat er die Augen zu? Geradeaus, geradeaus. Schön, weiter geradeaus. Hier macht euch eine ganze Zeit mit Vertrauen. Stab! 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 Hau ab! Ich hau dir aufs Maul. Hau ab! Mach die Augen auf. Lass die Scheiße! Oh mein, was ist das? Geil, was geht mit dir ab? Schenk für dich. Oh mein, was ist das? Nur weiter bei dir, Leute. Stab! Für dich da. Jetzt wirst du nicht mehr allein. Jetzt wirst du nicht mehr allein. Sch kloppos. Für dich da. 妳